Hallo, hier Christoph von TabTV und das ist ein, ja, ein erstes Preview des Samsungs Wüffel-Geräte, sag ich mal ein Tablet, wo man das Display drehen kann, ist ein Prototyp hier, nicht zum Anfassen leider, das Ganze läuft natürlich mit Windows 8, wird auch ein Touchscreen haben, ja, sehr geniales Gerät, das heißt man kann es hier auch als Tablet und als Notebook verwenden. Das war's, mehr von anderen Geräten, von Samsung-Produkten, die in hoffentlich naher Zukunft kommen, findet ihr auch in unserem YouTube Channel oder auf tabtech.de.